Vorher darf ich ORF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnier bei mir im Studio begrüßen. Hallo Ingrid. Hallo Rainer. War es das jetzt für Sebastian Kurz? Ja, im Moment schon, wobei im Moment ist auch ein dehnbarer Begriff. Wenn er heute wirklich dank des Misstrauensantrages gehen muss aus dem Kanzleramt, dann steht eigentlich in der Verfassung, der Bundespräsident muss dann sofort eine neue Regierung beauftragen. Aber sofort, das ist so eine Frage. Er kann ja, wenn er jetzt nicht ein komplettes Kabinett an der Hand hat oder eine Person, dem er das Bundeskanzleramt überantworten möchte oder kann, dann kann er, so wie nach einer Wahl, die bestehende Regierung mit der vorübergehenden Fortführung der Geschäfte betrauen. Das ist ja auch nach einer Wahl so. Da tritt die gesamte Regierung zurück und wird dann eben mit der vorübergehenden Erledigung der Amtsgeschäfte beauftragt. Das kann der Bundespräsident jetzt auch tun. Die Frage ist, ob das politisch gerade irgendwie passend ist. Aber das muss er dann entscheiden. Und dann erst, wenn er ein Kabinett beieinander hat oder zumindest einen Menschen hat, der als Bundeskanzler vorübergehend die Geschäfte übernehmen kann, in Absprache mit ihm dann das restliche Kabinett auswählen und ernennen. Das können dann Sektionschefs sein, Staatssekretäre, die da einspringen. Also alles eine noch nie dagewesene Situation und sicher auch für den Bundespräsidenten eine herausfordernde Frage. Wie auch immer der Bundespräsident da auswählen wird, es sollte möglichst jemand sein, der nicht gleich wieder das Vertrauen entzogen bekommt. Wie wird denn Alexander Van der Bellen da vorgehen? Naja, er wird sicher auch in Absprache mit den Oppositionsparteien vorgehen müssen, beziehungsweise werden von dort auch Vorschläge kommen. Also da wird es nichts nützen, wenn man sich jetzt über deren Wünsche hinweg setzt, weil sonst haben wir nächste Woche die nächste Sondersitzung mit Misstrauensantrag. Und das kann ja so eigentlich nicht weitergehen. Da hat ja, glaube ich, auch niemand ein Interesse daran. Es geht dann darum, ein Kabinett zu bestellen, das einmal diese Front beruhigt und dass einmal die Staatsgeschäfte, die dann eh sehr reduziert natürlich sein werden, fortgeführt werden. Also da wird man sicher Personen aussuchen. Es sind schon Namen gefallen, wie etwa der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Holzinger. Das war ja auch der, der die Bundespräsidentenwahl aufgehoben hat und zur Wiederholung ausgeschrieben hat. Also das wäre wahrscheinlich jemand, mit dem alle Seiten leben könnten als Vorsitzender einer solchen Regierung. Ja, also es wird heute nicht nur einen Misstrauensantrag geben, sondern zwei. Die Liste jetzt spricht dem Bundeskanzler das Misstrauen aus, die SPÖ gleich der gesamten Regierung. Wie wird das denn inhaltlich begründet? Naja, die SPÖ sagt halt einfach, das ist eine ÖVP-Alleinregierung und mit der wollen und können wir nicht weitermachen. Die Liste jetzt hat eigentlich gesagt, ihr Misstrauen gilt nur dem Bundeskanzler. Und zum Beispiel der vorübergehend bestellte Innenminister Ratz, der sei doch eine wirklich gute Besetzung. Und den sollte man doch eigentlich nicht jetzt wieder aus dem Amt drängen. Also es gibt unterschiedliche Begründungen. Aber nachdem der Antrag der SPÖ sowieso weitergehend ist, indem man die ganze Bundesregierung vor den Misstrauensantrag stellt, wird der zweite Antrag dann gar nicht mehr behandelt von der Liste jetzt. Weil wenn einmal die ganze Regierung entlassen ist, hat es ja keinen Sinn, noch über einen Misstrauensantrag abzustimmen, der nur gegen den Bundeskanzler gerichtet ist. Die heutige Nationalratssitzung ist schon um 10 Uhr losgegangen. Was ist denn bisher passiert? Ja, da war reine Routine angesagt. Da sind jene drei FPÖ-Politiker, die bisher auf der Regierungsbank saßen und jetzt in den Nationalrat gewechselt sind, als Abgeordnete angelobt worden. Also der frühere Innenminister Herbert Kickl, Norbert Hofer, der Infrastrukturminister und auch Staatssekretär Fuchs. Die sind jetzt Nationalratsabgeordnete, wurden angelobt. Und es sind die dringlichen Anfragen, das sind ja eigentlich dringliche Anfragen, die dann zu diesem Misstrauensantrag irgendwie führen, sowohl der SPÖ als auch der Liste jetzt eingebracht worden. Und das sieht das Prozedere, das Parlamentarische eben vor, dass die nach Einbringern sofort, spätestens aber innerhalb von drei Stunden, dann diskutiert und abgestimmt werden müssen. Also 10 Uhr sind sie eingebracht worden, um 13 Uhr geht dann die Sitzung weiter, also in ganz kurzen Sekunden. Und dann geht es erst richtig los mit der Diskussion. Und jetzt werden die dringlichen noch begründet. Der Kanzler wird sich äußern, es wird eine Debatte geben und danach wird abgestimmt. Und kann da noch irgendwas Unvorhergesehenes passieren? Das weiß man eigentlich nie so genau, nachdem wir es einfach noch nie hatten. Peter Pilz hat gesagt, wir haben uns noch ein paar andere Sachen überlegt, was genau wollte er eigentlich nicht sagen. Aber ich glaube, es ist mit Sicherheit die spannendste und aufregendste Nationalratssitzung seit vielen Jahrzehnten, die dieses Land je erlebt hat. Selbst wenn wir jetzt schon wissen, wie die Abstimmung ausgehen wird. Aber kann es sein, dass einzelne Abgeordnete nicht so stimmen wie ihre Partei und den Misstrauensantrag dadurch vereiteln? Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es eine geheime oder eine namentliche Abstimmung geben wird. Das können die Parteien bis ganz kurz vor der Abstimmung beantragen, wenn sie wollen. Bei einer geheimen Abstimmung wüssten wir es dann natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, nachdem sich alle Klubs einstimmig dafür ausgesprochen haben, diesen Misstrauensantrag zu unterstützen. Also SPÖ und FPÖ sollten da keine großen Überraschungen mehr passieren. Angenommen, Sebastian Kurz wird heute wirklich das Amt des Enttobens. Das ist ja sehr wahrscheinlich. Wer fährt denn dann morgen für Österreich zum EU-Gipfel in Brüssel? Sehr gute Frage. Also ist völlig offen. Wie gesagt, noch nie da gewesen. Da muss sich der Bundespräsident etwas einfallen lassen. Einer seiner Vorgänger wäre wahrscheinlich selbst hingefahren, Thomas Klessel. Aber ob das so ist, man wird abwarten müssen. Aber Österreich stürzt jetzt nicht ins Chaos, oder? Alle Beobachter sagen nein. Unsere Verfassung hat dafür die entsprechenden Instrumente bereit, indem sie eben genau vorsieht, was jetzt als nächstes zu geschehen hat. Also das Heft des Handelns hat der Bundespräsident in der Hand. Er muss jetzt eben einen Übergangskanzler ernennen. Er muss in Absprache mit ihm ein neues Kabinett auswählen. Das könnten eben zum Beispiel erfahrene Sektionschefs, Staatssekretäre sein. Also da lässt die Verfassung eigentlich nicht viel offen über das Prozedere, über die Köpfe. Das ist natürlich eine andere Frage. Da gibt es jetzt natürlich viel Handlungsspielraum, außer dass sie österreichische Staatsbürger sein müssen, älter als 18 Jahre, also passives Wahlalter erreicht haben müssen und unbescholten sein sollten. Gibt es da keine Einschränkungen? Also da gibt es ein ziemlich großes Potenzial, wo sich der Bundespräsident jetzt umschauen kann. So, ich höre gerade, die Sitzung wird jetzt eröffnet. Wir schalten gleich hinüber ins Parlament. Dann b福st das. Bis zum nächsten Mal. simple Kflin. igt crush. iße